Verpflichtet der FC Bayern einen absoluten Superstar von Inter Mailand? Und was ist da jetzt schon wieder los bei Ex-BVB-Coach Edin Terzic? Ihr kennt das Ganze, alle Infos, die ihr braucht immer hier, kurze und kompakt. Ich bin gespannt, was ihr sagt, aber jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Ja, und dann starten wir natürlich auch erstmal direkt rein mit dem FC Bayern und schon wieder Inter Mailand. Erst gestern haben wir darüber gesprochen, dass sich Inter Mailand, wie es heißt, mit Bayerns Abwehrjuwel Tarek Buchmann beschäftigt und man den nächsten Sommer auf jeden Fall nach Italien bringen will. Aber genau hier wird es erst kurios. Nach dem Motto, was Mailand kann, können die Münchner auch, interessiert sich der FC Bayern für Defensivtalent Jan Bissek. Bissek, der beim 1. FC Köln ausgebildet wurde, hat sein Glück nach mehreren Vereinswechseln 2023 in Mailand gefunden und mit 22 Pflichtspielen in der vergangenen Saison ist er auch ein wichtiger Bestandteil des Teams. Inter soll dem Vernehmen nach nichtsdestotrotz gesprächsbereit sein, auch wenn man aktuell nicht plant, Bissek abzugeben. Aber das Problem, im Raum steht eine Ablösesumme von mindestens 30 Millionen Euro, die die Bayern auf den Tisch legen müssten. Und ob man wirklich bereit ist, so tief in die Tasche zu greifen, ist natürlich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht zu 100% entschieden. Ebenfalls ist ja auch Jonathan Tarek weiterhin ein konkreter Kandidat für Max Eberl und Co. und wäre Stand jetzt sogar ablösefrei zu haben. Klar ist, die Münchner wollen auch nächsten Sommer in der Defensive umbauen. Ob das jetzt aber mit Jan Bissek, Jonathan Tarek oder einem ganz anderen Namen passiert, bleibt abzuwarten. Was meint ihr? Sollte man 30 Millionen Euro für Bissek bezahlen oder wäre ein ablösefreier Transfer von Tarek die bessere Entscheidung? Ja, und dann müssen wir natürlich auch nochmal ganz kurz über Ex-BVB-Coach Edin Terzic sprechen. Bis vor kurzem war es noch so ruhig um den 41-Jährigen, der sich ja in diesem Sommer dazu entschieden hat, Dortmund zu verlassen. Und dann wurde er gestern völlig überraschend mit einem Engagement bei der AS Rom in Verbindung gebracht. Und heute geht's gleich munter weiter. Denn neuen Berichten zufolge soll er jetzt auch ein konkreter Kandidat für den AC Mailand sein. Auch dort überlegt man schon jetzt einen neuen Trainer einzustellen, weswegen sich Milan-Berater Zlatan Ibrahimovic bereits bei Terzic und seinem Umfeld gemeldet haben soll. Eine finale Entscheidung gibt's aber trotzdem noch nicht, da man wie's heißt abwarten will, wie das ganz wichtige Spiel gegen Inter Mailand am Sonntag verläuft. Falls dieses aber ebenfalls verloren geht, ist nicht ausgeschlossen, dass bald Edin Terzic als Cheftrainer des AC Mailands an der Seitenlinie steht. Ansonsten war's das aber auch direkt schon wieder von mir. Dankeschön, dass ihr am Start wart, macht's gut und bis zum nächsten Mal.